Hallo zusammen, heute mit meiner Top 15 für die diesjährige SpielDigital. Und da meine Top-Liste zur letzten Spielemesse so gut bei euch angekommen ist, habe ich mir überlegt, dass ich es dieses Jahr genauso machen werde. Das heißt, ich stelle kurz und knapp die Spiele vor und sage euch dann, warum das Spiel in meiner Top-Liste gelandet ist. Und des Weiteren möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich eine Playliste zur SpielDigital erstellt habe. Da findet ihr dann Spiele, die voraussichtlich bei der SpielDigital dann erscheinen. Und ja, starten wir mal mit meinem Platz Nummer 15 und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. In The Few and Cursed schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Fluchjägers, der sich einen Namen machen will, indem er nach übernatürlichen Artefakten sucht, Aufträge erledigt oder Kopfgeldjäger ist. Zu Beginn des Spiels wählst du deinen eigenen Fluchjäger mit seinen eigenen Stärken und Schwächen. Jeder Charakter hat sein eigenes Startdeck, seine eigenen Fähigkeiten und kann unterschiedlich gut mit Waffen umgehen. Darüber hinaus hat jeder Fluchjäger eine andere Fluchform, in die er sich verwandeln kann. Zudem brauchst du keine Ressourcen sammeln, um neue Karten zu kaufen und es gibt auch keine Auslage. Stattdessen ziehst du jede Runde Karten vom Upgrade-Stapel und wählst eine aus, die du behalten möchtest. Diese bekommst du sofort auf die Hand. Sobald eine Endbedingung eintritt, endet das Spiel und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Und wie ihr sehen könnt, ist The View and the Curse schon bei mir, aber ich konnte es bisher nur einmal spielen. Und grundsätzlich mag ich Deckbuilding-Spiele ja sehr gerne. Und wenn es dann noch interessant kombiniert ist, bin ich immer Feuer und Flamme für diese Spiele. Und der erste Eindruck von diesem Spiel ist auf jeden Fall positiv. Das Einzige, was ich bisher zu bemängeln habe, ist, dass das Spiel meiner Meinung nach ein bisschen zu lange dauert. Es kann natürlich sein, dass das an der Erstpartie lag und deshalb bin ich mal gespannt, wie die weiteren Partien verlaufen. Aber grundsätzlich gefällt mir das Spiel schon mal gut. Es hat ein paar interessante Kniffe und da bin ich auf weitere Partien gespannt. Und deshalb musst du The View and the Curse einfach in diese Top-Liste und ist mein Platz Nummer 15. Wildes Weltall ist ein taktisches Kartenspiel, bei dem du versuchst, deine Karten effizient zu kombinieren. Jedes Mal, wenn du neue Karten zu deiner Sammlung hinzufügst, verstärkst du deine Crew und bereitest die nächsten Kombos vor. Neue Karten ins Spiel zu bringen ist daher nützlich, um mächtige Fähigkeiten zu erhalten, aber auch um die Bedingung für das Auslösen zukünftiger Fähigkeiten zu sammeln. Zu lernen, wie man seine Aktionen plant, ist der Schlüssel, um effiziente Kombos auszulösen und in der Lage zu sein, mehrere Karten gleichzeitig ins Spiel zu bringen. Am Ende erhältst du Punkte für deine zusammengestellte Crew. Zu Wildes Weltall habe ich ja schon ein Wie spiele ich hochgeladen, wenn ihr also mehr über das Spiel wissen wollt, dann schaut euch einfach mein Video dazu an. Mir gefällt das Artwork leider gar nicht und das ist mein Hauptkritikpunkt bei diesem Spiel, denn spielerisch funktioniert das Spiel sehr gut, weil die Kombos aufzubauen kombiniert mit Sets, das ist wirklich eine klasse Sache, aber das Artwork spricht mich persönlich nicht an. Ich habe auch lange überlegt, ob ich es in meine Topliste packe, aber da es spielerisch so ein schönes Spiel ist, wollte ich es halt unbedingt erwähnen. Und wenn euch das Artwork gefällt, dann solltet ihr euch das Spiel auf jeden Fall mal anschauen und das ist Wildes Weltall, mein Platz 14. Ten Gallon Tank wird je nach Anzahl der Spieler über mehrere Runden gespielt. Jede Runde besteht aus drei Phasen. Die Fischschule einrichten, die Schule in Gruppen einteilen und das Nehmen einer Gruppe für dein Aquarium. Nach den drei Phasen ist die Runde beendet und der nächste Spieler im Uhrzeigersinn wird der neue Startspieler für die nächste Runde. Nach einer gewissen Anzahl von Runden erfolgt die Punktevergabe und der Spieler mit den meisten Punkten unter Berücksichtigung der Aquariumziele ist der Gewinner. Bei Ten Gallon Tank hoffe ich einfach, dass das ein schönes Filler Game ist, also ein Spiel für zwischendurch. Und dieser Mechanismus EyeCard You Choose, den finde ich immer sehr interessant in Spielen und wird auch gar nicht so oft verwendet, denn der aktive Spieler entscheidet, wie die auslegenden Karten aufgeteilt werden und da muss man halt dann immer genau überlegen, teile ich es einfach zur Hälfte auf und jeder kriegt, ja, eine Hälfte halt oder sage ich, ne, ich möchte es anders aufteilen und gehe halt das Risiko ein, dass der andere Spieler dann doch genau das nimmt, was ich bevorzuge. Und der Mechanismus kombiniert mit Z-Collection finde ich schon mal sehr spannend und, ja, da bin ich neugierig auf das Spiel und hoffe, dass ich das bald mal spielen kann. In Kingdom Rush musst du mit deinen Verbündeten zusammenarbeiten, um den wütenden Ansturm des mysteriösen Zeitmagiers abzuwehren. Befehlige Helden und baue Türme, um das Reich zu verteidigen, indem du Polyomino-Plättchen platzierst, um deine Feinde anzugreifen. Setze zudem Soldaten ein, um die immer weiter vorrückende Horde zurückzuhalten. Spiele eine einzigartige Kampagne, bestehend aus mehreren Szenarien durch, um den Plan des Zeitmagiers zu vereiteln. Die einzige Möglichkeit, den Zeitmagier aufzuhalten, besteht darin, alle lästigen Portale zu schließen, aber das musst du tun, während du Welle um Welle der feindlichen Schergen bekämpfst. Zu Kingdom Rush habe ich tatsächlich schon für die Kickstarter-Kampagne eine Preview gemacht. Das Spiel ist ja dann auch in die Spieleschmiede gekommen, das heißt, ihr könnt auch eine deutsche Version des Spiels bekommen. Und damals hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Ich fand nur interessant, dass viele amerikanische Kollegen gesagt haben, okay, das ist das beste Tower-Defense-Spiel aller Zeiten. Weil in dem Prototyp gab es halt nur ein paar Szenarien, aber anhand dieser Szenarien konnte man eigentlich nicht sagen, dass das jetzt das beste Tower-Defense-Spiel aller Zeiten ist. Denn da kommt es meiner Meinung nach drauf an, was jetzt noch dazu kommt, was für andere Kampagnen bzw. Szenarien sich die Autoren ausgedacht haben. Und erst dann kann man meiner Meinung nach sagen, wie gut das Spiel ist. Und deshalb ist Kingdom Rush erstmal auf meinem Platz 12 gelandet, weil ich einfach gespannt bin, was da jetzt noch dazu kommt. Und grundsätzlich fand ich das Spiel sehr interessant, weil dieser Mechanismus mit dem Polyomino-Plättchen oder auch, ich sag einfach mal Tetris-Plättchen, das ist schon was ganz Besonderes, dass ihr damit die Feinde überdeckt. Und da gibt es so viele schöne Kombinationsmöglichkeiten. Und ja, ich bin da wie gesagt sehr gespannt, was sich die Autoren noch so ausgedacht haben und hoffe, dass das Spiel bald auf meinem Tisch wieder landen wird. Denn der erste Eindruck war damals schon wirklich positiv. Die Erweiterung SNO zu Wii Magnificent fügt dem Spiel neue Elemente hinzu. Du kannst das Spiel jetzt mit bis zu 5 Spielern spielen. Neue Hauptkarten bieten neue Arten von Boni und neue Möglichkeiten, Punkte zu erzielen. Neue Trainerplättchen bieten wiederum neue Möglichkeiten, deine Aktion zu optimieren. Das optionale Masterboard-Modul gibt jedem Spieler in jeder Runde eine besondere Aktion. Und ein neues weißes Plättchen fügt neue Möglichkeiten hinzu. Zu Wii Magnificent findet ihr auf meinem Kanal ein ausführliches Wie spiele ich. Das heißt, dort erkläre ich euch die Regeln zum Spiel. Und das Spiel hat mir letztes Jahr wirklich super gefallen. Es ist eins meiner Highlights aus dem letzten Spielejahrgang. Und deshalb freue ich mich so auf die Erweiterung. Es fügt so ein paar interessante Elemente hinzu. Wie zum Beispiel dieses extra weiße Plättchen. Oder auch das Element, dass ihr zu 5 spielen könnt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass ich das Spiel eher mit weniger Spielern als 5 Spielern spielen werde in Zukunft. Und die anderen Elemente sind auch sehr interessant. Und ich hoffe einfach, dass da so ein paar Elemente, 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 dazukommen, die das Spiel einfach noch besser machen. Wobei das Spiel schon wirklich großartig ist. Und wenn ihr es noch nicht kennt, dann solltet ihr euch das Spiel auf jeden Fall mal anschauen. Curious Cargo ist ein Spiel für 2 Spieler, bei dem du die Infrastruktur deiner Anlage aufbaust, Lastwagen im richtigen Moment herbeirufst und gleichzeitig den Versand und Empfang der Fracht perfekt zeitlich abstimmst, um die meisten Punkte zu erzielen. Spiele mit 2 farbigen Förderbandplättchen oder steigere den Schwierigkeitsgrad und spiele mit 3 Farben. Außerdem kannst du Frachtplättchen an deine Gegner versenden, um dessen Logistikpläne zu stören. Bei Curious Cargo hoffe ich einfach auf ein schönes 2-Personen-Spiel. Es basiert ja auf Pipeline, das konnte ich leider noch nicht spielen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr es schon gespielt habt. Und ja, ich mag es grundsätzlich in Spielen, wenn man so Wege bauen muss und Orte miteinander verbinden muss. Da bin ich immer neugierig, weil dieses Element gefällt mir immer sehr gut. Und ja, da hoffe ich einfach auf ein schönes 2-Personen-Spiel. Und deshalb ist dieses Spiel auf meinem Platz 10. Agora ist eine Erweiterung für Seven Wonders Duel und verfügt über einen Senat, der den Spielern Vorteile bietet, sobald sie das Gebiet in Besitz genommen haben. Die Spieler können eine Senatskammer erhalten, indem sie Senatskarten nehmen. Sollte ein Spieler erfolgreich die Kontrolle über die Mehrheit der Senatskammern übernehmen, gewinnt er automatisch das Spiel. Neben der Senatskammer und den Senatskarten gibt es viele weitere Marker und zwei neue Wunderkarten. Agora ist die nächste Erweiterung zu Seven Wonders Duel und in dieser Top-Liste schon die zweite Erweiterung. Und das kann ich schon vorwegnehmen, das wird die letzte Erweiterung in dieser Top-Liste sein. Und ich mag Seven Wonders Duel wirklich sehr gerne. Ich hoffe, dass ich die erste Erweiterung Pantheon mal bald ergattere. Ich konnte sie zwar schon spielen und die gefällt mir auch wirklich gut, aber ich habe sie leider noch nicht in meinem Spieleregal. Das hoffe ich bald zu ändern und mit Agora hoffe ich einfach, dass da noch schöne Elemente dazukommen. Die Senatskammer hört sich wirklich interessant an und ja, da bin ich sehr neugierig. Endlich eine neue Erweiterung für ein wirklich tolles Spiel. In Cubitus übernehmen die Spieler die Rolle der Teilnehmer am jährlichen Cube Cup, einem Rennen der Strategie und des Glücks, um den Champion zu ermitteln. Jeder Spieler hat einen Läufer auf der Rennstrecke und ein Unterstützungsteam, das durch alle gewürfelten Würfel repräsentiert wird. In jedem Zug würfelst du und verwendest die Ergebnisse, um dich auf der Rennstrecke zu bewegen, neue Würfel zu kaufen und Fähigkeiten einzusetzen, um am Ende als Sieger hervorzugehen. Zu Cubitus gibt es leider auf Board Game Geek nicht so viele Informationen. So als Tipp für euch, falls euch ein Spiel so richtig interessiert, gibt es oft die Regeln schon online auf Board Game Geek. Das heißt, viele Spiele, die ich jetzt noch nicht gespielt habe, bei denen konnte ich mir dann einfach die Regeln durchlesen, um euch so ein bisschen mehr über die Spiele erzählen zu können. Bei diesem Spiel geht das leider nicht, weil es einfach nur diesen kleinen Text auf Board Game Geek gibt. Aber das hat mich schon mal neugierig gemacht, weil Würfel sind immer cool und Wettrennen sind auch meistens cool. Und deshalb freue ich mich einfach herauszufinden, wie diese beiden Elemente miteinander kombiniert wurden. Und ja, deshalb ist es so weit oben auf meiner Top-Liste, obwohl es gar nicht so viele Informationen gibt, aber diese Kombination macht mich einfach total neugierig. In Monster Expedition erhalten die Spieler zu Beginn der Partie jeweils einen Satz von drei Versorgungslagern und aus zehn Karten wird eine Wildnisauslage gebildet. Wenn du am Zug bist, wählst du eines deiner drei Lager aus und gehst dann auf Monsterjagd, wobei deine Lagerstufe bestimmt, welche Würfel zur Verfügung stehen. Zu Beginn der Jagd würfelst du die auf dem Lager angegebenen Würfel und nach jedem Wurf legst du alle Würfel eines gewählten Wertes beiseite, den du noch nicht beiseite gelegt hast. Wenn du keine Würfel beiseite legen kannst, gilt der Wurf als Fehlwurf und du verlierst den besten Würfel, den du zuvor ausgelegt hast. Wenn du jedoch aufhörst, verwendest du die beiseite gelegten Würfel, um Monster aus der Wildnisauslage zu fangen und deine Versorgungslager zu verbessern. Wenn der Nachziehstapel erschöpft ist, wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Zur Monster Expedition findet ihr auf meinem Kanal eine ausführliche Review und wenn ihr euch dieses Video schon angeschaut habt, wisst ihr, wie gut mir dieses Spiel gefällt. Es ist für Alexander Pfister eher ein untypisches Spiel, da er normal eher Kenner- oder Expertenspiele macht und hier habt ihr ein klassisches Familienspiel. Und Monster Expedition basiert auf Heckmack am Bratwurmeck, bietet aber noch mehr taktische Möglichkeiten. Darüber hinaus bietet es tolles Artwork und wenn euch Heckmack am Bratwurmeck gefällt, ihr aber noch nach mehr taktischen Möglichkeiten sucht, dann solltet ihr euch Monster Expedition auf jeden Fall mal anschauen. Kitarra ist ein Strategiespiel, das Eroberung, Bewegung und Kampf vermischt. Verwalte deine Karten, um deine Aktionen zu planen. Je mehr Gebiete du kontrollierst, desto mehr Optionen erhältst du. Verstärke deine Armee von Jägern, Geparden und Helden. Schütze Vieh und Ernten, bewege deine Truppen und ziehe in den Krieg. Während des Spiels suchst du dir eine Karte aus der offenen Auslage aus, die du neben deine vor dir ausliegenden Karten platzierst, um so die einzelnen Aktionen wie Rekrutieren, Bewegen und so weiter zu verbessern, um so am Ende das Spiel zu gewinnen. Bei Kitarra hoffe ich einfach auf ein familienfreundliches Area-Control-Spiel, was zugänglich ist und auf Bot Game Geek findet ihr als Tipp schon die Regeln. Und ich mag dieses Element, dass ihr eine Karte ausliegen habt und dadurch, dass ihr neue Karten euch nehmt, werden die einzelnen Aktionen auf den Karten immer besser. Das heißt, ihr habt das Gefühl, dass ihr immer stärker werdet, immer mehr machen könnt. Das gefällt mir in Spielen immer sehr gut, dass man das Gefühl hat, immer mehr erreichen zu können. Und ja, auf dieses Spiel bin ich mal gespannt, weil ich hoffe einfach, dass es ein Spiel ist, was schnell gespielt ist und Leuten Area-Control näher bringen kann. Im Kartenspiel Samoa wird jedem Spieler zu Beginn der Partie geheim eine der ausliegenden Masken zugeteilt. Die Spieler spielen farbige Federkarten oder schwarze Karten zu den fünf Masken. Sie wissen nicht, welche Maske zu wem gehört, aber sie versuchen, diese Informationen abzuleiten. Wenn die Spieler richtig raten, erhalten sie Bonuspunkte. Wenn der Besitzer einer Maske von allen richtig erraten wird, verliert dieser Spieler. Sobald eine Maske fünf Federkarten hat, werden Punkte vergeben, doch erst am Ende der Runde werden die Besitzer dieser Punkte bzw. der Masken ermittelt. Zu Samoa gibt es auf Boardgame-Geek leider nicht so viele Informationen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht so viele von euch dieses Spiel auf der Liste haben, weil es schon, ich sag mal, ein Nischenspiel ist. Es kommt aus den Niederlanden. So als Hinweis auf dem Cover steht Niederländisch und Französisch. Es soll aber auch eine englische Version geben. Es war der Plan, dass es vor der Spiel-Digital noch bei mir ankommt, aber das hat leider nicht geklappt. Und bei dem Spiel erhoffe ich mir einfach, dass es ein schönes Bluffing-Spiel ist, weil am Anfang kriegt man ja eine Maske zugeteilt und die anderen wissen nicht, welche Maske einem dann gehört. Und da muss man halt dann schauen, was die anderen machen, wohin sie die Federn legen. Und da kann man schön bluffen. Ich hoffe aber, dass man auch herausfinden kann, welche Maske zum anderen gehört. Und nicht, dass es einfach so ein stumpfes Ablegen von Karten ist. Und am Ende guckt man dann, okay, die Maske gehört zu dir, die zu dir. Und da hoffe ich einfach, dass die einzelnen Elemente, wie Wasser, Feuer, da noch ein paar Effekte dazu bringen, die das so ein bisschen aufpeppen. Und ja, ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, weil das ein Spiel ist. Ja, dazu gab es nicht so viele Informationen, auch nicht so viele Bilder. Aber das, was ich gesehen habe, macht mich neugierig. Und da bin ich einfach gespannt auf mehr. Und ja, kommen wir mal zum nächsten Platz. In Prager Kaput Regni schlüpfen die Spieler in die Rolle von wohlhabenden Bürgern, die verschiedene Bauprojekte im mittelalterlichen Prag organisieren. Indem du deinen Reichtum vergrößerst und dich am Bau beteiligst, erlangst du die Gunst des Königs. Du wählst auf dem Spielbrett aus sechs Aktionen dem Aktionsgrad, die immer zur Verfügung stehen, die aber mit einer ständig wechselnden Palette von Kosten und Nutzen gewichtet sind. Mithilfe dieser Aktionen kannst du deine Ressourcen erhöhen, die Stärke der von dir gewählten Aktionen verbessern und die neue Prager Stadt, die Karlsbrücke oder Stadtmauern bauen. Möglicherweise kannst du ebenfalls Aktionen gewinnen. Am Ende des Spiels gewinnt der Spieler, der König Karl am meisten beeindruckt hat. Prager Kaput Regni ist das nächste Spiel von Wladimir Suchi und ich konnte vor kurzem, leider erst vor kurzem, Underwater Cities spielen. Es hat viel zu lange gedauert, bis das Spiel auf den Tisch kam. Und das Spiel hat mir schon gut gefallen und ich hoffe, es geht einfach so weiter wie auch die anderen Spiele. Er hat ja so viele Spiele gemacht. Und ja, hierbei werden einfach schöne Elemente meiner Meinung nach miteinander verzahnt. Also das, was die Regeln zumindest vermuten lassen. Und man kennt so ein paar Sachen schon, wie zum Beispiel, dass wenn man eine bestimmte Anzahl an Gold hat, dann noch Sachen freigeschaltet werden. Und ja, da gibt es wirklich schöne Dinge und ja, ich bin mal sehr gespannt auf das fertige Spiel. Es ist auf jeden Fall ein Kenner, eher schon ein Expertenspiel, was die Anleitung so vermuten lässt. Und da bin ich neugierig. Es gefällt mir optisch nicht so gut wie Lost Ruins of Arnak, aber spielerisch erhoffe ich mir mehr. Und bei Lost Ruins of Arnak, das kann ich mal vorwegnehmen, das wird nicht in dieser Top-Liste landen, weil ich vor kurzem einfach ein Deck-Building-Spiel gespielt habe, welches auch mit Worker-Placement kombiniert wird, was mir einfach so gut gefällt. Und ja, ich glaube einfach nicht, dass Lost Ruins of Arnak mir besser gefallen wird. Das Spiel ist übrigens Endless Winter. Und ja, aber nochmal zurück zu Praga Kapudregni. Da erhoffe ich einfach das nächste tolle Spiel von Wladimir Suchi. In Kuatel arbeiten die Spieler daran, die schönsten und wertvollsten Schlangen zu bauen. Die Schlangen oder Kuatel bestehen aus einem Kopf, einem Schwanz und einer Reihe von Körperteilen. In einer Runde nehmen die Spieler entweder Spielsteine vom zentralen Spielfeld und legen diese auf ihr persönliches Spielbrett oder sie arbeiten daran, aus den verschiedenen gesammelten Steinen einen Kuatel zu bauen. Das Spielende wird ausgelöst, wenn ein Spieler seinen dritten Kuatel beendet hat. Die Spieler erhalten Punkte für die Erfüllung der Prophezeiungskarten, die sie den einzelnen Kuatel zugeordnet haben. Und der Spieler mit den meisten Punkten wird zum neuen Hohen Priester ernannt und gewinnt das Spiel. Kuatel von Synapsis Games, beziehungsweise auf Deutsch erscheint es bei Heidelberg Games. Ist wirklich ein schönes Familienspiel, was mir sehr gut gefällt. Ich hoffe, vor der Spieldigital kann ich dazu noch ein Video hochladen. Und ja, im Kern habt ihr hier ein Set-Collection-Spiel, in dem ihr die Schlangen nach verschiedenen Mustern baut. Und diese Muster werden im Prinzip festgelegt durch die Auftragskarten, die ihr den Schlangen selber zuteilen könnt. Das Element gefällt mir sehr gut. Dann habt ihr hier auch Interaktion, weil ihr mal schauen müsst, was die anderen Spieler machen. Denn die können euch gegebenenfalls das Körperteil oder die Körperteile wegnehmen, die ihr gerade braucht. Es ist nicht so gemeine Interaktion, aber trotzdem genug Interaktion, sodass es spannend bleibt. Deshalb habt ihr hier wirklich ein schönes Familienspiel, was ihr euch angucken solltet. Wenn es euch optisch auch anspricht, dann sowieso. Und ja, kommen wir mal zum nächsten Platz 2. Bei Calico wetteifern die Spieler darum, eine gemütliche Steppdecke zu nähen, während sie Flicken in verschiedenen Farben und Mustern sammeln und platzieren. Die Spieler versuchen außerdem, Farb- und Musterkombinationen zu kreieren, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch die Katzen anziehen können und somit Punkte generieren. Wähle während deines Zuges ein Flickenplättchen aus deiner Hand aus und platziere dieses auf deinem Spielertableau. Danach ziehst du wieder ein neues Flickenplättchen. Am Ende des Spiels, sobald alle Felder mit Flickenplättchen belegt sind, erhalten die Spieler Punkte für Knöpfe, Katzen und dafür, wie gut sie ihre Steppdecke fertiggestellt haben. Calico ist wirklich optisch schon ein Hingucker. Allein das Cover sieht toll aus. Dann, wenn das Spiel für euch aufgebaut ist, dann wollt ihr direkt drauf losspielen, weil es optisch einfach wirklich, wie gesagt, ein Hingucker ist. Aber bei dem Spiel ist auf jeden Fall zu erwähnen, dass es optisch süß aussieht, aber ein bisschen täuscht. Denn ihr habt hier wirklich ein kniffliges Spiel. Man denkt am Anfang so, okay, ich habe hier einfach die zwei Flickenplättchen und lege die einfach auf meinem Spielplan aus. Und das wird schon klappen. Aber durch die einzelnen Mechanismen bzw. Regeln muss man genau schauen, wohin lege ich jetzt dieses Flickenplättchen, welche Kombination versuche ich zu generieren. Und das ist echt knifflig. Deshalb würde ich noch nicht mal sagen, dass es ein Familienspiel ist oder ein Einsteigerspiel, sondern schon Richtung Kennerspiel geht, weil es einfach so knifflig ist. Zwar sind die Regeln nicht kompliziert, aber wenn man das Spiel dann angefangen hat, merkt man einfach, wie viele Möglichkeiten es in diesem Spiel gibt. Und das ist wirklich faszinierend. Gefällt mir sehr gut. Ich würde es, glaube ich, nicht immer rausholen, wenn ich nicht in der Stimmung bin, jetzt viel nachzudenken, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten habt ihr wirklich ein sehr schönes Spiel. Solltet ihr euch mal anschauen, wenn ihr Puzzlespiele mögt, grübeln mögt. Und ja, kommen wir mal zu meinem Platz 1. In Paris schlüpfst du in die Rolle wohlhabender Immobilieninvestoren. Nach der erfolgreichen Organisation der Weltausstellung 1889, die vom Bau des Eiffelturms gekrönt wurde, befindet sich Paris auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung zu einer der schönsten Städte der Welt. Es ist deine Aufgabe, einige dieser großartigen Pariser Gebäude zu erwerben, um somit einen Gewinn bzw. Siegpunkte zu erzielen. Neben dem Kauf von Gebäuden erhältst du außerdem Siegpunkte für Bonusplättchen. Das Spiel wird über eine variable Anzahl von Runden gespielt und sobald die Endspielbedingung ausgelöst wird, beenden die Spieler die aktuelle Runde und haben dann noch eine letzte Runde vor der Schlusswertung. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten am Ende der Partie wird zum Sieger erklärt. Zu Paris findet ihr auf meinem Kanal ebenfalls eine Preview, die ich zu der Kickstarter-Kampagne hochgeladen habe. Und damals hat mir das Spiel schon sehr gut gefallen. Es ist ein Kramer- und Kieslingsspiel. Und ja, meiner Meinung nach hier wieder ein sehr schönes Spiel, geschaffen. Und ich bin froh, wenn das Spiel bald bei mir ankommt. Es wird nur noch ein bis zwei, vielleicht drei Wochen dauern. Und ja, da freue ich mich einfach wieder auf neue Partien, denn der Prototyp war schon hochwertig. Aber das, was man dann während der Kickstarter-Kampagne gesehen hat, macht einfach Lust auf mehr. Und die Mechanismen sind in diesem Spiel einfach so schön miteinander verzahnt. Wenn ihr mehr zu dem Spiel wissen wollt, schaut ihr euch am besten meine Preview dazu an. Da stelle ich euch das Spiel ausführlich vor. Und ja, das ist mein Platz 1. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welches Spiel ihr noch nicht auf dem Zettel habt oder welches Spiel eurer Meinung nach fehlt. Da bin ich immer sehr gespannt auf eure Kommentare. Und damit bleibt mir jetzt noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!